Der Festival Sommer 2022 ist gerade erst gestartet und damit ihr auch gut ausgestattet seid für die Festivals, spreche ich heute über die Festival Must-Haves, die ihr auf jeden Fall haben solltet. Ja Leute, in diesem Jahr kann wieder geraved und es kann wieder gedanced werden. Der Festival Sommer 2022 ist eröffnet und man hat wirklich so richtig Bock wieder rauszugehen, unter freiem Himmel mit Freunden zu dancen und zu rafen. Und damit ihr auch bei euren Festivals besuchen nichts vergesst, spreche ich heute über die Festival Must-Haves. Die ihr auf jeden Fall mit dabei haben solltet, wenn ihr rausgeht auf dem Festival, um zu dancen. Auch wenn ich von vielen Männern immer höre, ach, das brauche ich gar nicht. Doch, auch wir Männer brauchen das und vor allem bei Festivals. Die Rede ist von Sonnencreme. Sonnencreme gibt es ja mittlerweile auch in so kleinen Travel-Sizes. Von daher steckt ihr auf jeden Fall so eine kleine Sonnencreme ein und achtet darauf, dass du einen hohen Lichtschutzfaktor hast. Denn über den Tag verteilt wird die Sonne auf dem Festival meist gut ballern. Von daher dementsprechend auf jeden Fall eine Sonnencreme einpacken und dich dementsprechend auch passend eincremen. Und nicht nur deine Arme, sondern natürlich auch deine anderen Körperteile, die von der Sonne gebrutzelt werden. Vor allem dein Nacken und dein Gesicht. Denn wir wissen ja, der Number One Grund für Falten ist UV-Licht. Und wir wollen ja alle lange young und fresh aussehen. Von daher, schützt euch. Das nächste Teil ist genauso Pflicht wie die Sonnencreme. Und zwar, die Rede ist von einer Sonnenbrille. Die wirst du auf jeden Fall auf dem Festival brauchen. Und beim Festival ist es ja manchmal so, je ausgefallener, desto besser. Egal, ob du eine abgespacede Sonnenbrille auf hast oder so eine gute Laune-Sonnenbrille. Am Ende des Tages zählt nur eins. Hauptsache, du hast eine Sonnenbrille. Denn tagsüber wirst du die Sonnenbrille auf jeden Fall brauchen, um dich vor der Sonne zu schützen. Wenn du am Raven bist. Und es gibt ja auch einige Spezialisten, die Raven die ganze Nacht durch. Und nächsten Morgen geht dann die Sonne wieder auf. Und davon will es natürlich nicht geblendet werden. Also steckt dir auf jeden Fall eine Sonnenbrille ein. Leute, ich war letztes Wochenende also auf dem Festival. Und ich habe mich super geärgert, dass ich folgendes Teil nicht dabei hatte zu meiner Sonnenbrille. Die Rede ist von einem Sonnenbrillenband. Denn irgendwann geht natürlich die Sonne auf dem Festival unter. Und wo soll ich dann mit meiner Sonnenbrille hin? Bestenfalls hängst du diese einfach um. Und hast du ein Sonnenbrillenband an deiner Sonnenbrille. Und wenn du dann auch von A nach B gehst, hast du gar keine Kopfschmerzen. Denn die Sonnenbrille baumelt immer vor deiner Brust. Und es ist alles schick. Und so ein Sonnenbrillenband kostet wirklich nicht viel. Ich verlinke euch eins unten in der Box. Wie alle anderen Produkte auch. Und Leute, ich kann euch eins sagen. Ihr werdet es mir hinterher danken. Ja Leute, das Smartphone ist heutzutage überall mit dabei. Logischerweise auch auf einem Festival. Und damit ihr es immer sicher dabei habt, empfehle ich euch dringendst, euer Handy an die Kette zu legen. Und zwar an so eine Handykette. Dementsprechend ist euer Handy super geschützt, weil es in so einer Hülle ist. Ihr habt es immer griffbereit. Und ihr könnt damit auch von A nach B laufen. Und ihr müsst keine Angst haben, dass das Handy irgendwie wegfliegt oder euch abhanden kommt. Von daher ganz klare Empfehlung, so eine Handykette abzuchecken und euer Handy da ranzumachen. Außerdem nervt das Handy dann nicht, wenn ihr am Dancen seid, irgendwie in der Hosentasche. Und ihr habt dieses Free Feeling. Einige Festivals gehen natürlich über mehrere Tage. Und wenn man natürlich über mehrere Tage auf einem Festival ist, dann ist so eine Powerbank für Smartphone gar nicht so schlecht. Ich bin so ein Typ, wenn ich auf einem Festival bin, dann will ich natürlich so viel es geht genießen, ja, und eigentlich kaum am Smartphone sein. Aber trotzdem will man natürlich für den Notfall gewappnet sein. Von daher empfehle ich auch jedem, eine Powerbank mit dabei zu haben, dass ihr im Notfall auf jeden Fall euer Smartphone parat habt. Und natürlich, dass sie auch vollgeladen ist. Das nächste Item wird so häufig auf Festivals getragen, wie, glaube ich, kaum zu einer anderen Zeit. Auch wenn sie jetzt in der letzten Zeit sehr in gewesen ist und auch einen Style-Faktor hatte. Die Rede ist von der guten alten Bauchtasche. Ja, Leute, die Bauchtasche ist natürlich super praktisch, gerade auf Festivals. Man kann da Kaugummis, Sonnencreme oder egal was einfach drin verstauen. Und man muss keine Angst haben, dass irgendwas abhanden kommt. Denn man trägt die Bauchtasche gewöhnlich ja eigentlich um den Bauch oder halt quer über die Schulter. Auf jeden Fall eine Bauchtasche ist beim Festival wirklich super praktisch. Beim nächsten Punkt gibt es ebenfalls einen Style-Faktor, also auch einen praktischen Faktor. Und zwar beim Mützen. Hab natürlich einen praktischen Faktor. Schützen natürlich vor UV-Licht. Aber natürlich auch einen Style-Faktor. Denn Mützen kannst du als Accessoire ideal zu deinen Outfits kombinieren. Und last but not least, Leute, wenn ihr diesen Jahr auf Festivals unterwegs seid und am Dancen und am Raven seid, dann vergesst vor allen Dingen eine Sache nicht und trinkt viel. Damit meine ich nicht Alkohol, sondern Wasser. Denn wenn ihr den ganzen Tag auf dem Festival unterwegs seid und es super warm ist und ihr wirklich am Up-Ravenen und Abgehen seid, dann dehydriert der Körper super schnell. Von daher auf jeden Fall dran denken, sehr viel Wasser zu trinken. Außerdem verringert das auch euer Risiko, nächsten Morgen einen Cutter zu haben. Falls es noch irgendein Festival-Item gibt, was ich aktuell nicht erwähnt habe, aber von dem du denkst, was auf jeden Fall unerlässlich ist, schreib es gerne in die Kommentare rein. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, auf welche Festivals ihr in diesem Sommer geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall in diesem Sinne ganz viel Spaß beim Dancen.